Herzlich Willkommen bei D18 Foto. Mein Name ist Dennis Elthin. Wir sind wieder auf Föhr unterwegs auf der Ferieninsel und machen Kamera-Obskura-Fotos. Dieses Mal nicht wie beim letzten Mal mit einer analogen Kamera, sondern mit einer digitalen Kamera, der Canon 600D. Und ihr seht hier, diese Lins ist nicht selber gebastelt, sondern ist gekauft. Und im Prinzip haben wir jetzt eine digitale Kamera, teure Technik, die wir komplett lahmlegen, indem wir einfach uralte Steinzeit-Technik vorne drauf schrauben. Nämlich ein Loch in einer Plastikplatte. Mal sehen, was da für Fotos bei rauskommen. Kommen da auch mal mit. Untertitelung des ZDF, 2020 Das war unser digitaler Kamera-Obskura-Ausflug über die Insel Föhr. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, freue ich mich, wenn ihr auf den Abonnier-Button klickt, das unterhalb des Filmfensters zu sehen. Oder mich bei Facebook findet unter D18 Foto. Einfach ins Suchfeld eingeben und dann gefällt mir klicken und schon seid ihr dabei in meinem Kanal. Ich hoffe, es gefällt euch. Alles Gute. Bis dann. Tschüss.